Im großen Überraschungsfernsehgarten, der schon um 10.45 Uhr übrigens losgeht, sind dann nur noch drei Schlüssel drin, nämlich die, die wir da sehen. Und dann ist die Chance, das Auto zu gewinnen, diesen Hyundai i30 Turbo, liegt dann schon bei 33 Prozent. Wie du das wieder ausgerichtet hast. Tschüss Karl-Heinz. Tschüss. Karl-Heinz, schönen Sonntag. Tschüssi, danke. Ciao. Guck mal, die ganze Bühne ist schon wieder voll. Das ist toll, ne? In der Zeit, wo wir hier wünschen, ja, 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 Parallelbespielung. Er, der Sänger, der jetzt auftritt, war lange Mitglied von Marquez, geht jetzt, das passiert ja öfter mal, eigene musikalische Wege und von diesen Wegen können sich seine Fans überzeugen, denn es gibt ein neues Album, ein Debütalbum und daraus hören wir jetzt die erste Single. Animal, so heißt der Titel, der ganze Fernsehgarten tanzt mit zu Marco Heggen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020